Man beginnt mit einem Herzlich Willkommen bei Benni Bei Benni Was muss man machen? Überleben Also ich muss... Das ist das Spinner, Spaß Also ich muss wie es... Ich würde... Ah, man kann laufen Wo ist die Tür? Excellent Kann man rennen? Man kann rennen Guck mal, der Spasti, der macht gar nichts Das ist... Ein Spasti Lol, man kann den Stuhl bewegen Okay Einfach nur so ein Papp Okay, wo ist dieses Maschinending? Das Ding Ja, da hab ich So darf er nicht aussehen Das ist zu süß Er muss genau so aussehen Das ist zu süß für das Also ich muss diese Maschine finden Ich darf nicht rennen, wurde zu mir gesagt Werbung Werbung Oh mein Gott Wie zu Philipp Ja, da leuchtet's Philipp soll das heute gemacht Aussehen Oha Da kommt Musik raus Cool Cool Okay, ich hab diese komische Maschine gefunden So, das ist die Maschine Und dann kann ich den Arm Er konvertiert Genau Ah, guck mal was ich da gehört Kann ich den schon mal mitnehmen? Nein Okay, ich weiß schon mal wo das Ding ist Ist schlecht Ich kurz kann Ähm, das ist nicht Öl Das ist Tinte Hat er Tinte? Hier ist Fisch gefüttert Wow Ähm, wo muss ich jetzt hin? Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Ja, das ist Das ist Das ist Das ist Okay, das Licht geht aus. Du musst... Ich muss jetzt dieses Ding da suchen. Das Exeter bin ich gekommen. Muss ich wahrscheinlich hier hin. Du musst es suchen, nur woher es ist. Ich weiß nicht wohin. Warum so viele Schnitte? Wie darf die so süß aussehen, Mann? Schmeiß es hin. Ich weiß nicht wohin. Ja schon, aber ich weiß nichts mehr. Kann man einfach das Ding suchen, wo die alle das Zahnraut oder das... Das gibt mir Leben. Ja, das suche ich doch diesen Raum, da wo ich die Dinger da sammeln muss. Das suche ich doch grad diesen Raum. Wo muss ich hin? Wo war das? Wo war dieser Raum? Ja, am Ende habe ich das bis dahin gefunden. Oh, das sieht gut aus. Ja, am Ende habe ich das bis dahin gefunden. Oh Gott. Ich glaube, ich habe es gefunden. Oh, das sieht gut aus. Ich habe ihn gefunden in diesem Raum. Oh Gott. Okay, ich brauche eine Zahnkarte und so ein Ding, ein Buch. Was brauche ich noch? Stopp die Musik und den... Hi, was geht? Ich bin echt kurz... Ja, habe ich mich auch gefragt. Darf ich dich wegballern, du... Pappe? Mann, Gufi, du tust mir so leid. Wo sind deine Gedärme? Wo sind deine Gedärme? Also bei Let's Play hatte der die Gedärme. Da ist ein Buch irgendwo. Ist da wenigstens die Tünde? Ja. Ich liebe dich, Benni. I love you so much, Benni. Okay. Dann kann ich mal weitergehen. Aber ich darf ja nicht rennen. Da ist nichts. Schau. Mein Schatz hat mich verlassen. Jetzt habe ich ganz große Angst. So schwer. Ey, Benni ist aber wirklich gewalt. Es funktioniert nicht. Ich habe zu lange Haare. Ja, bei mir sind es halt die Haare. Oder weil ich mich gerade so anspanne. Ah, das Zahnrad. Habe ich total vergessen. Ja. Die Du Bandsch wirt nachher. Das ist ein Stück der Hütner von der Aktuellen. Das ist so. Du 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 das. Trink ich das oder was mach ich damit? Ähm, da geh ich noch nicht rein, ich geh vielleicht später an, aber ich guck dann was bei diesen Türen ist. Wenn ich jetzt weiß, wie die Türen aufgehen! Muhahaha bläh! Mit E. Geschlossen. Geöffnet. Mom. Mom. Ich mag die Musik. Mein Spaß. Was brauch ich jetzt noch? So ein Musikding? Und... Und... Da ist es. Musikplatte heißt... Das ist die verfickte Puppe! Jetzt brauch ich nur ein Ding, oder? So eine Tinte. Ne, das macht schon automatisch, hab ich bei Let's Play geguckt. Ich hab Angst noch. Ich hab Angst noch. Ja, ich hab nicht vorbeifelt. Vor mich selbst. Ich bin schon wustig genug. Ich hab das Gefühl, es fehlt mir noch was. Aber ich weiß nicht mehr was. Ah! Okay. Du Scheiße! Du Scheiße! Oh, mein krasser Ding! Ach, scheiße, das kriegen wir jetzt keine Aufnahme, boah! Mann! Ich mag dich jetzt schon nicht mehr. Also, ich will noch sie nicht mehr. Nein, irgendwas fehlt mir immer noch. Ich weiß nicht was. Die Suppe schmeckt so lecker. Weißt du das? Die Suppe schmeckt so lecker. Weißt du das? Das ist jetzt nicht passiert! Warum? Was ist denn? Ich lebe dich nicht. Da kommt bestimmt auch noch eins, oder? Nee. Benni! Ah, ich bin so am Schwitzen an der Hinten! Wollen Sie das? Das ist so viel. Ah, ich bin so am Schwitzen. Was? Nee, die hilft mir. Habe ich eh... Mein Herzenpunkt. Wo ist dieses... Ging da wieder? Weißt du das vielleicht? Ich hab's vergessen. Ich auch. Deswegen... Darf ich wieder drei Stunden suchen? Bist du da immer noch? Hör mal. Hör mal. Hör mal. Ich weiß nicht. Die Angst. Hör mal. Das Buch war's. Hör mal. Das Buch war's. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Ah. Das war doch abgeschlossen. Oh mein Gott, dann ist das Buch wahrscheinlich hier unten irgendwo dann... Sie? Ich krieg ein Alterung. Ich seh's heute noch. Ich krieg ein Alterung. Wir kriegen alle in Alterung. Ja, ne, ne, ne. Ah ja, was ist denn ich? Ah, hier ist aber später. Da werd ich doch runterfliegen, oder nicht? Ja. Ich weiß nicht mehr. Hast du Angst? Hab ich da schon geguckt? Ja. Da gab's ja noch Suppe oder... Hühnersuppe. Wie weiß ich noch was passiert? Okay, jetzt hab ich vier Stunden... Ich hab jetzt fünf Stunden Arbeit. Was passiert, wenn die Demone jetzt schon kommt? Herr, wo ist das Buch, Mann? Mach die Türen auf! Das Buch ist gleich da. Was steht da? Ihr könntet mir eigentlich auch helfen, genau du da hinten in mir. Ja, ich kennest du das gar nicht. Ich auch nicht. Was soll ich da helfen? Ich weiß selber nicht, was da richtig umgeht. Du musst halt die Art des Fakten suchen und überleben. Ja, das ist bei Hausspielen immer so. Ich hab' die kleine Kranien aus... Ich glaub' die kleine Kranien... Ich hab' die kleine Kranien... Ich hab' die kleine Kranien... die Axt haben. Gib mir meine Axt. Ich hab so viele Spiele aufgezählt, was ich wollte. Oh, ich hoffe nicht. Also ganz ehrlich, ich bin glaub mal die längste Gituberin, wo das braucht zum Buch. Vielleicht ist es ja das Buch dahinten. Oder hier. Oh, schade. Ah, nein, nein. Oh, Goofy. Was heißt das eigentlich? Hoppe, das sind es. Was soll das eigentlich darstellen? Das ist jetzt die allerbeste Folge, was ich mir jetzt vorstellen kann. Vielleicht also ich hab's gesehen, dass jeder YouTuber eins kaputt machen. Mit der Hand vielleicht. Oha, du spielst arg. Ohne mich. Ich will... Ich will das Buch... Und dann hast du gesagt, oder musst du jetzt wieder spielen. Weil dann warte ich auf dich. Ich will mein Buch haben. Ich will mein Buch haben. Ich bin Senpai. Könntest du eigentlich automatisch speichern? Weiß ich nicht. Wenn ja, dann... Ich bin so am Anfang. Was soll das da speichern? Oh mein Gott, Goofy. Ich hab mir so neid im Zeitraum. Hat er doch nicht gezeigt, wo das Buch lag? Bei jeder YouTuber ist es anders, hat er gesagt. Also es ist bei mir auch woanders. Also es ist bei mir auch woanders. Jetzt warte ich, ich will gucken. Jetzt warte ich, ich will gucken. Ich weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist eine Zeichnung, aber okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Erwachsen. Ich weiß nicht. Ja, was? Das Buch? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss das selber suchen. Wie gesagt, ich muss sowieso. Wie gesagt, ich muss man sowieso. Wie, 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 wie. Wie, wie, wie. Wie, wie. Ein Traum ist besser durchbestimmt. Oh, nee. Da war das Buch. Ihr Fick-Schnitzel des Jahres. Das ist ein sehr großes Buch. Ich hätte auch die Abkürzung. Ich probate nochmal. Eine Frage ist, es ist ein sehr großes Buch. Oha. Fick dich. Fick dich hart. Fick dich. Hey, wieder, ich wansch mich doch! Ich kenn dich! Du kennst nur meinen Namen, aber du kennst mich nicht in Deutschland. Doch, ich kenn dich, du Scheiße. Es sind nur zufällige Weiße zusammen. Ja, aber nur zufriedenweise. Ich muss nicht da helfen, du zufrieden. Nein, ich muss... Ähm, nee, da war's. Ich spiele Maschine. Was bist du? Ich spiele Maschine. Ich spiele Maschine. Wo bist du? Anlage B? Ja. Bei Anlage A darf ich ja nicht. Da muss ich ja mit euch machen. Ja, das habe ich gemacht, oder? Aber ich nicht! Scheiße. Ähm, wo war da... Schwapsen. Pikachu. Das war richtig, das war der Pikachu. Ja klar. Jetzt ausreden, gell? Oh guck, das geht doch, was sagst du? Das war wegen den Haaren. Das geht doch, was sagst du? Das sind die Haaren. Das geht doch, was sagst du? Ich darf nicht rennen, aber ich renne. Ich darf nicht rennen, aber ich renne. Was sagst du, du läufst? Nein, ich renne. Das ist Laufen. Das ist Rennen. Oder schnelles Gehen. Die ist doch gerne. Die Sportlerin sagt, Frau Becker. Lauf selber lang das Block. Die Kartoffel liegt gleich runter, das spüre ich. Oh nein, der wird doch... Oh nein, der wird doch... Oh, sorry. Jetzt muss ich dieses eine Studioraum finden, da. Studio... Ich liebe dich immer noch. Ich liebe dich immer noch. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich wusste, dass er kommt. Ich wusste, ich wusste, Guck, wer ist der? Oh mein Gott, er hat es angemacht. Ich will auch nicht mehr machen. Ich will auch nicht mehr machen. Nein. Oh, er läuft aus. Was habe ich getan? Ich bin halt ein bisschen voll mit Öl, aber ein bisschen sowieso. Ähm, mit Tinten. Oh, Öl sagt er. Also Tinten, Mensch. Also was du immer darstellen sollest. Warum bist du nicht mit ihm aus? Habt ihr es gehört? Ja. Ich habe Ahnung. Mama. Ich habe Angst. Das habe ich mir vertrumpelt. Ein Wunder, dass dieser YouTuber nicht gehört hat. Oder hat er es auch stumm gehabt. Oder was? Mann, guck mal. Mann, guck viel. Es tut mir so leid. Warum bist du eigentlich wiederbelebt? Wenn du so sterben musstest wegen dieser eine. Ja, aber da sind eigentlich diese Dinger weggegangen von diesem YouTube-Bugau. Sonst ist das halt. Wenn du so nachher gehst. Ja. Ja. Kann man aber auch. Nee. Okay. Nee. 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 Ah, ich hab das Auge Das nervt jetzt Wo ist Hühnerstoffe? Ich brauch meine Hühnerstoffe Ich brauch meine Drogen Ich weiß, du hast jetzt die Augen zu Exzept, exzept, exzept Doch, also der dritte Part soll es richtig hart sein Ich trau mich irgendwie nicht, sorry Jetzt hab ich Angst, wo muss ich hin? Geh zum Ausgang Ich weiß nicht wo der ist, es ist so hier Hilfe Ah, Exzept, nein! Mama? Mama? Hühnerstoffe Ja Nein, bleib hier, ich brauche es nicht! Ja, die Freunde so erschreckt hat. Ahhhh! Genau den Klauer. Nur wenn ich was nicht bin, bin ich ein bisschen freier. Und deswegen musst du auch Eier kraulen. Ich hab Angst, ich will nicht mehr. Lass mich nach Hause gehen. Dann geht doch was zur Spielwelt und... Ich will nicht mehr, ich bin voll mit Schokie! Wie geht das eigentlich? Ich bin so hart. Oh nee, das sind Kerzen. Und jeder meins Kerzen sind sehr... ...astronologisch. Ja, diese Kerzen sind am meisten im Keller, wo ich jetzt bin. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Oh, ich hab ne Angst! Okay, das darf ich eigentlich nicht machen. Wahrscheinlich. Ich kann es nicht sein. W器, sie selber reden! W器, sie selberLuc ! Is das überhaupt nicht mehr raus ist? Wwright heißtazu sieht aus! W pairs nicht mehr raus! Wack, w창! Wしま! Oh mein Gott, es rippriert! Hilfe! Was rippt? Dämon, 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 Dämon! Oh, da bin ich in Unmacht. Oh, ich liebe dieses Ding, die. Na, es ist auch so wichtig. Ja, es fehlt noch 2 und 3. 2 und 3? 2 und 3, die haben noch 2 Teile wieder rausgebracht. Es sollte noch ein 4. geben. Ja, also... Ey, das war so hart. Das Let's Play ist so hart. Das ist so hart. Ich will das Spiel nicht mehr. Das ist so hart. Ich muss. Abregung. Schaff das 2 zu. Ne, das schaffe ich nicht mehr. Ne, das schaffe ich nicht mehr. Ich glaube, das kommt erst in 100 Jahren raus. Ja. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das war so ein Scheiß-Arte. 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 Ja, ich glaube, ich würde mich erst mal abreden. Ich muss ARC spielen. Wo bei mir sowieso nicht läuft. Guck, Benny, und im Song gibt's sogar, das wird es laufen. Die Schlaps-Arte. Feuerwehrmann. Oh, die, die, die wird man noch sehen, dieses Mädchen da. Die süße Kleine. Diese Mädchen. Diese Engel da, da ist ein Lisa. Nur ne Laura, so heiße ich. Bin ich auch dabei? Ja. Weiß ich nicht, das sind eindeutig zu viele Namen da. Waren so viele Leute an diesem einen Spiel. Das Spiel ist 2017 rausgekommen und ist schon jetzt so beliebt. Manu. Wird dich auch spielen? Nein. Abo. Also dann sag ich mal Tschüss.